Die Hexe erbt den Kessel. Und hier, das muss man ja mal sagen, ist ganz neu, wunderbar. Wir haben etwas umdisponiert. Wir haben jetzt gesagt, dass wir nicht diese mit den Spanner schon, sondern haben jetzt die Flussdurchführung gemacht. Das sieht voll authentisch aus. Bist du abgerutscht? Was passiert? Bist du abgerutscht? Ja klar, dann brauche ich einmal euren Namen. Die Flussdurchführung Die Glocke Die Glocke Die Glocke Die Glocke Die Glocke